Salbung. Die Bibel spricht sehr viel von der Salbung. Und oft machen wir uns Gedanken, was ist Salbung? Wozu sollte damals im Allentestament Menschen gesalbt werden? Eine Mischung von verschiedenen Kräuten da sein, damit alles gesalbt wird. Und heute wird so oft gesagt, gesprochen, was ist Salbung? Salbung, die Bibel spricht sehr viel, was gesalbt sein soll. Es heißt, abgesondert zu werden oder für einen bestimmten Zweck im Reich Gottes oder in der Gemeinde vorbereitet zu sein. Und das ist eigentlich unsere Berufung, meine Lieben. Deine und meine Berufung. Salbung. Gesalbt zu sein. Erfüllt zu sein. Auf die Seite gestellt zu sein. Das ist unsere Berufung heute. Im Allentestament wird gesagt, wie Gott Moses befohlen hat, zu salben. Befohlen hat, dem Volk Israel eine Stiftshütte einzurichten und dort etwas zu salben. Wer weiß noch, was war da in der Stiftshütte? Was wollte Gott unbedingt, dass gesalbt werden soll? In dieser Stiftshütte? Alle Gefäße, ja. Bitte? Altar, ja. Die Priester, jawohl. Die Priester sollen auch gesalbt werden. Es heißt, gesalbt und abgesondert für den Dienst in der Stiftshütte. Alles, was da in der Stiftshütte war, soll abgesondert werden. Und da sollte es gesalbt werden. Es soll heilig und gerecht vor Gott sein, bleiben, lieben. Die Priester. Im Tempel Gottes müssen verschiedene Grede, Löffel, Kabel, alles. Altar, der siebenarm Leuchte. Alles gesalbt werden. Und alles, alles sollte heilig sein. Dazu war die Salbung da, damit alles unter dem Schutz Gottes ist und alles soll heilig dem Herrn geweiht werden. Wir hören heute viel von gesalbten Männern und Frauen dieser Welt. Viele unter der Salbung Gottes haben viele Dinge erlebt, viele Dinge getan für Gott, im Reich Gottes. Und die Salbung, wir denken, was soll das, wie soll das auf die Menschen kommen? Warum kommt auf besondere Menschen die Salbung? Auf die, die jetzt so viele Menschen zu Jesus führen, Wunder und Zeichen erleben, Tag für Tag. Und was soll das bedeuten? Warum konnten nur die Menschen, die gesalbt zum Beispiel sind, übernatürliche Kraft erleben? Wie kam die Salbung auf diese Menschen? Warum gerade auf sie? Viele sind heute als nur Zuschauer scheinbar in der Christenheit. Viele kommen zum Gottesdienst. Viele sind dabei. Viele erleben scheinbar nichts in der Woche. Und es gibt Menschen und Frauen und Männer, die erleben so vieles. Sie wird berichtet, Bücher geschrieben. Die erleben große Wunder und Zeichen. Die Toten werden auferstehen, wenn sie beten. Und warum passiert sowas bei manchen? Und manche leben einfach genauso gerecht, genauso wollen Gott dienen und passiert so wenig. Ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht. Ich habe mir oft Gedanken gemacht. Warum sind die Männer und die Frauen von Gott hat Gott Lieblingskinder? Warum hat Gott diese ausgesucht? Die wir lesen, von denen wir lesen, von denen wir Berichte hören. Und von vielen scheinbar, von vielen hört man nichts. Aber die sind genauso geliebt, oder? Hat Gott Lieblingskinder wirklich? Nein, doch. Er hat keinen Anseher der Person. Er liebt jeden gleich. Er liebt jeden gleich. Aber warum sind so viele Dinge in dieser Welt scheinbar ungerecht? Warum erleben manche Dinge und manche erleben es nicht? Warum, wenn einer betet, passiert etwas und wenn der andere betet, passiert nichts? Warum beten viele Leute schon Wochen, Jahre lang für ihre Kinder, für die Verwandte, dass sie sich bekehren und scheinbar nichts? Und einer betet und dann passiert etwas. Sofort. Haben wir schon Gedanken darüber gemacht? Warum passiert so etwas? Ist Gott ungerecht? Hört er nicht? Viele beten, dass der Krieg aufhört. Hört Gott überhaupt das? Gott hört. Gott hört. Gott hört jedes Gebiet. Gott ist wichtig, jedes Gebiet. Aber warum sind so viele Dinge, die wir in dieser Welt nicht verstehen? Und was ist? Gesalt zu sein. Wie gesagt, im Allentestament musste es Moses tun, musste eine Stiftshütte bauen. Alles ganz genau, sagte Gott. Ganz genau, Moses, schau, pass auf, dass du ganz genau das tust, was du im Himmel gesehen hast. Er war, wissen wir, 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg Horeb, war er entrückt in den himmlischen Regionen. Er sah da, was Gott ihm gezeigt hat. Und Gott sagt, alles, Moses, ganz genau alles. Und er tat alles das, was Gott gesagt hat damals. Und er baute diesen Altar, diesen sieben Armleuchter, baute diesen Tisch, machte alles ganz genau, was er im Himmel gesehen hat. Und er musste salben. Er musste es salben. Und lass uns mal anschauen, nochmal ganz genau im zweiten Buch, Mose, Kapitel 40, 9 bis 15, was da passierte. Das fasziniert mich immer, wenn ich diese Geschichte lese, wie Moses das erlebt hat, auf dem Berg Horeb und was er da alles tun musste, dann in der Stiftshütte und was daraus geschah. Und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung salben, samt allem, was darin ist. Und du sollst sie heiligen, samt allen ihren Geräten, damit sie heilig sei. Und du sollst den Brandopferaltar salben, mit allen seinen Geräten und den Altar heiligen, damit der Altar hochheilig sei. Du sollst auch das Becken der Waschbeckers salben, samt seinem Gestell und es wieder heiligen. Und du sollst Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen. Und begleite Aaron mit den heiligen Kleidern und salbe ihn und heilige ihn, damit er mir als Priester diene. Auch seine Söhne sollst du herbeiführen und sie mit dem Leibrücken begleiten. Und du sollst sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Und diese Salbung soll für sie ein ewiges Priestertum bedeuten, für alle ihre Geschlechter. Meine Lieben, es war so wichtig für Gott, dass Moses das tut. Und im Kapitel 40 wird gesagt, dass Moses bis zu diesem Punkt, ab Kapitel 25 bis 40, hat er alles getan, beschrieben wird uns alles getan. Und jetzt ist er zu Ende gekommen und jetzt sagt Gott so. Und okay, jetzt nimmt er das Salböl und salbe alles. Das Salböl bestand aus fünf Komponenten. Für verschiedene Kräuter und ein Olivenöl dazu und es wurde vermischt und Gott sagt, nur das Salböl muss für das Heiligtum gebraucht werden. Nicht zu Hause, nicht im Alltag irgendwo, nur für das Heiligtum, dieses Salböl. Und diesem Salböl sollte Moses jetzt auch alle Geräte, alles was da in der Stiftung war, heiligen. Es heißt Salben. Ich weiß nicht, wie er es getan hat, gestrichen hat oder eingetaucht hat. Aber können wir uns vorstellen, dass jeder, auch jeden Löffel, jeder Gabel, alles was die Priester dort gebraucht haben, alles. Der Tisch, der Altar musste alles gesalbt werden, alles, alles. Und er sagt, das soll hochheilig für mich sein. Und es war nicht alles. Die Priester, die kommen, Aaron und seine Söhne, sie mussten zuerst sich waschen. Warum waschen, meine Lieben? Was bedeutet das für uns heute? Waschen heißt heute im Wort Gottes, sich heute waschen. Mit dem Wort Gottes sich wirklich waschen. Das Wort Gottes macht uns frei. Und dann mussten sie sich gesalben, Moses sich gesalbt und sie waren für die Arbeit im Reich Gottes dann bereit. Dann waren sie erst bereit. Der Unterschied, dass gesalbt und nicht gesalbt, bestand darin, dass jetzt alles, was in der Stiftung war, konnte kein Mensch nach Hause nehmen. Es war abgesondert für den Dienst des Herrn. Kein Mensch durfte reinkommen und sagen, ich will das haben oder ich will das bei mir in meinem Zelt haben, in meinem Haus. Es durfte keiner nach Hause für sich es abholen. Es wurde dort für Gott geweiht. Und wisst ihr, wer die Geschichte von Daniel noch kennt, als im Kapitel 5, glaube ich, wird geschrieben, wie Nebukadnezar, als er nach Israel kam und den Tempel zerstört hat, hat er alles aus diesem Tempel, später wurde es im Tempel alles drin, hat alles aus dem Tempel nach Babylon gebracht. Alle heilige Geräte, alles was da war, alle Gefäße und dann hat er, sein Enkelsohn Balsasar, hat eines Tages eine Patte geschmissen für alle seine Großen und die haben die heiligen Geräte Gottes genommen und aus diesen Geräten Wein getrunken und den Göttern geweiht, all das, was Gott geweiht wurde. Und da kommt plötzlich eine Hand oder eine Hand an die Wand wurde geschrieben, Männer, Männer, Tekel, Opa sind, genau, Männer, Männer, Tekel, Opa sind. Alle waren erschrocken, was soll das bedeuten? Und da kam Daniel und erklärt und sagt, Gott hat dich wirklich als Sünder oder kurz oder klein oder wenig erfunden. Dann wurde nun, du wirst heute sterben. Und in dieser Nacht ist dieser König umgebracht worden. Er hat mit diesen heiligen Geräten, das was Gott geweiht ist, sind schon viele hunderte von Jahren vorbei. Aber das war eines Tages Gott geweiht und er hat mit diesen Geräten den falschen, den Göttern wirklich Ehre gebracht. Und er musste in dieser Nacht sterben. Gott ist genau, meine Lieben, wenn Gott damals das gesagt hat, es soll für mich abgesondert werden, für mich geweiht sein, dann kann kein Mensch, wenn er auch so ein großer König war, der die ganze Erde wirklich sozusagen damals, die hat damals gesagt, er die Länder erobert hat, auch er musste in dieser Nacht sterben. Weil Gottes Wort ist konkret und Gott ist heilig. Und darum war es so wichtig, dass die Menschen damals in Israel das verstehen sollten, was Gott gesagt hat, das sollte für alle Ewigkeiten gelten. Und er hat gesagt, die Priester, die jetzt abgesondert worden sind, die geweiht sind, die gesallt worden sind, das wird für alle Ewigkeit, wirklich, die werden für alle Ewigkeit meine Priester sein. Die werden meine abgesonderte Menschen sein, die mir dienen werden. Und das war auch so. Und wenn wir die Geschichte in der Bibel anschauen, immer wieder, immer wieder waren Männer und Frauen, Männer und Frauen, die Gott gesallt wurden, die Gott gebraucht wurden in seinem Reich. Und da waren Priester ganz besonders, die Gott geweiht waren, von einer Generation zu anderer. Von einer Generation zu anderer, bis der große, hohe Priester kam. Bis der große, hohe Priester, Jesus Christus kam. Wo er gesagt hat, auf mir ist die Salbung jetzt Gottes. Der Heilige Geist hat mich gesallt. Ich bin derjenige, der von Anfang war als Gesalter Gottes. Und er ging damals, wissen wir, von Ort zu Ort und er salbte, er tat das Werk Gottes. Er erfüllte das, was Gott gesagt hat. Er tat vollkommen den Plan Gottes auf der Erde. Und darum, weil Jesus gekommen ist, weil Jesus Gesalter ist und wir heute gesalbt durch sein Werk sind, können wir heute genauso in dieser Welt wirken, wie damals die Priester in der Stiftshütte. Wir sind gesalbt und die Salbung, die wir tragen in uns, die Salbung für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Wenn wir zu Gott gekommen sind, wenn wir in sein Reich gekommen sind, dann tragen wir die Salbung. Die ist auf uns. Wir sind seine Werkzeugen. Die Welt liegt im Bösen und ist versklavt und in Mächten der Finsternis. Und wir sehen heute die Auswirkungen. Wir sehen alles, was heute geschieht, weil der Teufel versucht, mit allen Mitteln da wirklich sein Reich aufzubauen. Aber die Gemeinde, die Ekklesia heißt, und jetzt komme ich zu dem Punkt, was Gott mit uns, mit seiner Gemeinde, mit dir und mir vorhat. Er nennt uns Ekklesia. Ekklesia heißt rausgerufen, auf die Seite gestellt. Gott hat uns mitgenommen, von irgendwo rausgenommen und irgendwo hingestellt, nämlich in sein Reich. Und er sagt, du bist die Ekklesia. Du bist die Gemeinde. Jeder, der heute zu Gott gehört, ist die Gemeinde. Und Gott will uns hier auf dieser Erde gebrauchen. Als seine Gemeinde, als seine Be- und Gerufene, als seine Gesalbten, damit wir in dieser Welt sein Werk aufrichten, sein Werk tun. Gott hat seinen Gesalbten und die Vollmacht über jedes böse Werk Satans gegeben. Wir sind zu herrschen, auf dieser Erde bestimmt, meine Lieben, zu herrschen über Dinge dieser Welt. Wir sind zu herrschen bestimmt, weil wir die Ekklesia, die Gesalbte, die von Gott Erwählte sind, wenn wir zu Gott gekommen sind. Wir sollen die Tore des Feindes einzunehmen. Wir sind diejenigen, die die Vollmacht Christi in uns haben. Und wir sind zum Siegen bereit und nicht zu verlieren, sind wir heute hier. Wir sind zum Siegen bereit. Und darum ist es wichtig, dass wir das verstehen, wer wir heute in den Augen Gottes sind, wenn wir in der Salbung Gottes leben wollen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, als er auf diese Erde kam, der Gesalbte Christi, er hat jedes Joch Satans zerbrochen. Jede Last, jede Last, die die Menschen heute tragen, er hat sie schon getragen. Und so viele Menschen gehen durch die Welt und sie tragen Lasten und von diesen Lasten werden sie zerdrückt. Sie kommen nicht weiter. Menschen werden psychisch krank. Wenn wir heute die Statistiken in unserem Land hören, jeder vierte Mensch ist psychisch krank. Das ist ja nicht normal für eine Gesellschaft mit so vielen kranken Menschen. Warum sind Menschen krank? Nicht, weil sie wollen krank sein, aber weil da Lasten oder Dinge auf ihrem Leben wirklich Lasten und die nicht frei werden können. Die haben keine Antwort. Wie kann ich frei werden? Da werden Medikamenten genommen und die Medikamenten helfen nicht der Seele. Der Körper wird runtergefahren. Das kann möglich sein. Aber die Seele, die braucht Freiheit. Der Geist braucht Freiheit. Und darum sind so viele Menschen heute unterdrückt, die tragen die Lasten und sie kommen nicht zurecht. Meine Lieben, aber die Salbung Gottes ist heute auf der Gemeinde Jesu, damit wir diese gute Botschaft weitersagen dürfen, dass Gott jeden Menschen frei machen kann. Gott macht jeden Menschen frei. In Jesaja 10, Vers 27 sagt uns der alte Prophet, der Prophet, der 700 Jahre vor Christi Geburt lebt und er spricht etwas. Er spricht von dem, der kommen wird. Und da steht geschrieben, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Und weil Jesus damals gesagt hat, er war der einzige Mensch damals auf dieser Erde, der es sagen konnte damals in Nazareth, als er kam, als er die Schriften aufgeschlagen hat und sagte, der Geist des Herrn hat mich gesalbt. Und dieser Gesalbte, dieser Christos, dieser Christus, er sagt, er wird das Joch zerschlagen. Er wird die Lasten wegnehmen, weil die Salbung auf ihn ruht. Meine Lieben, Salbung, das ist eine ungeheure Kraft heute, die auf Christi leben ruhte. Und die ist heute auch jedem von uns zugänglich. Wisst ihr, wo Jesus damals einmal gesagt hat, wo er mit seinen Jüngern, wo er zu ihnen kam, wo sie hinter verschlossenen Türen saßen, sie wussten nicht, was kommt auf uns zu, was wird noch mit unserem Leben passieren, weil dieser Christus ist auferstanden. Irgendwo wird gesagt, er ist auferstanden, aber wir wissen nicht, was wird mit uns. Die Juden sind da, sie wollen uns wirklich gefangen nehmen und uns töten. Aber Jesus kommt, macht die Türe für sie auf und sagt, Jungs, Friede sei mit euch. Ich kenne euch. Auch die Lasten, die ihr jetzt trägt. Ich weiß alles um euch. Auch die Fragen, die jetzt ihr habt. Aber ich will euch senden, wie mein Vater mich gesandt hat. Genauso mit dieser Vollmacht, in dieser Salbung will ich euch senden. Ich glaube, die Jünger konnten damals nicht alles verstehen. Wie mag es sein, wie kann es sein, dass Gott, du, Christus, uns gebrauchen, die Schwachen. Ich sage, genau die Schwachen. Genau die, die sich schwach wissen, die will ich gebrauchen. Denen will ich meine Macht und meine Autorität geben. Aber wie viele Kinder Gottes sind heute leider gefangen. In verschiedenen Süchten, Computerspielen, in Pornografie, in okkulten, esoterischen Dingen. Und die werden gehalten in den Ketten, die Menschen. Die sind scheinbar gläubig. Die scheinbar wollen Gott dienen. Scheinbar wissen die alles aus dem Wort. Aber die sind gefangen, mein Lieben. Die kommen nicht weiter. Weil da etwas an ihren Beinen, wie ein Glotz da hängt und sie kommen nicht weiter. Obwohl die Salbung da ist. Obwohl die Freie da für uns sein soll. Warum passiert sowas? Warum sind so viele Menschen heute krank? Warum, ich rede von Christen, warum sind so viele Christen belastet? Die gehen durch die Woche mit Lasten und werden nicht frei. Die müssen Medikamente nehmen. Nichts gegen die Medikamente erforscht mich richtig. Aber sie müssen Medikamente nehmen, damit sie nicht psychisch krank werden. Das ist doch nicht der Weg Gottes für uns. Amen, meine Lieben. Der Weg Gottes für uns ist die Freiheit. Die Salbung soll auf uns ruhen. Und es tut mir manchmal weh, dass die Christen mir sagen, ich brauche die Medikamente, damit ich nicht psychisch krank werde. Das hat mich so wieder in dieser Woche bewogen. Herr, warum? Warum? Was wissen wir nicht, was damals die Menschen gewusst haben? Was wissen wir heute nicht, was damals die Menschen in deiner Vollmacht, was heute in der ganzen Welt aufstehen und Dinge tun? Was wissen wir heute in Deutschland nicht? Was in Afrika heute passiert? Was wissen wir nicht? Oder wissen wir es? Und wollen wir es nicht haben? Oder wissen wir es? Aber wisst ihr, manchmal ist die Bequemlichkeit besser, als etwas aufzugeben. Als am PC sitzen und komische Filme anschauen. Es ist vielleicht bequemer, etwas anderes zu tun, als zu beten. Vielleicht bequemer, viele andere Dinge wichtiger zu werden, als die Bibel zu lesen. Mein Lieben, ich rufe uns heute zu. Was tun wir, um die Salbung zu erlangen? Um in der Salbung zu leben? Wie war deine Woche in dieser Zeit? Was hast du mit Gott erlebt? Kannst du heute ein Zeugnis sagen, dass Gott dein Gebet erhört hat? Kannst du ein Zeugnis sagen, dass Gott durch dich gewirkt hat? Dass Gott durch dich kranke Menschen geheilt hat? Wie oft hören wir das in Deutschland? Die Bequemlichkeit macht uns zu bequeme Christen. Was ist mit dieser Salbung? Was ist mit dieser Salbung, die eigentlich auf uns ruht? Was ist mit dieser Salbung, die uns weiterführen soll? Die uns zu den Menschen führen soll, die krank sind. Damit wir auf sie die Hände legen, die aufstehen sollen. Damit die Menschen von Dämonen frei werden. Was ist mit dieser Salbung? Warum haben andere das gewusst und wir wissen es? Heute nicht. Wir greifen gleich zu Medikamenten. Meine Lieben, ich will uns wach ritteln heute und sagen, es gibt einen Weg. Es gibt einen anderen Weg für uns Christen. Es sagt uns das Wort, dass wenn wir zu Jesus gekommen sind, dass wir Christus angezogen haben, in unser Leben hineingenommen haben, dann haben wir die Vollmacht, über jede Schlange, über jeden Skorpion, auf jede Krankheit zu treten, meine Lieben. Das ist wichtig, dass wir aufstehen. Gott braucht Menschen, die wach gerittelt worden sind. Gott braucht Menschen, die offene Ohre für sein Wort haben. Gott braucht Menschen, die offene Augen für diese kaputte Welt haben. Nicht verschließen sich in irgendwelchen Dingen zu Hause, sondern aufziehen und sagen, Herr, ich bin hier. Ich bin der Gesalte, ich bin der Herausgerufene von dieser Welt. Ich will gehen. Jesaja war auch ein Mann in seiner Gesellschaft. Und er schaute, dass auch da in seinem Volk niemand da ist. Und dann sprach Gott, wen soll ich senden? Jesaja sagt, Herr, bist du heute bereit, zu gehen dorthin, wo Gott dich rufen wird? Viele Menschen werden heute nicht frei, weil sie es manchmal nicht wissen oder manchmal nicht wissen wollen. Nicht wissen wollen. Aber die Kraft, die wurde uns schon gegeben. Um den Feind zu schlagen, müssen wir seine Waffe kennen, meine Lieben. Wir müssen wissen heute, wie er kämpft. Wie oft werden wir Christen verführt in seinen Tricksereien, wie er reinkommt an uns Menschen, die Kinder Gottes verführt. Wisst ihr, der Teufel hat eine einfache Strategie, wie er heute in dieser Welt wirkt. Er hat nichts rausgedacht. Er ist ein Affe, wo er nimmt und verkehrte Dinge tut heute, was Gott getan hat. Er nimmt das und macht es verkehrt. Und als er damals im Garten Eden zu Eva kam, kam er mit drei Dingen, drei Dingen. Und er kommt genauso heute mit drei Dingen zu uns Christen. Ist Johannes, Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und da kann man uns prüfen, lieben wir die Welt? Lieben wir das, was heute uns so schön, so brav, so liebevoll dargestellt wird? Alles, was die Welt ist, viele Christen gehen sogar zum Faschen, machen da mit. Oder Kinderfaschen, schicke die Kinder zum Kinderfaschen. Das ist nicht schlimm, das ist auch Spaß, mein Lieben. Wenn du als älter Paar oder deine Kinder dorthin geschickt hast, bist du schuldig geworden. Schuldig geworden vor Gott. Du hast deine Kinder verseucht. Die Kinder sind verseucht worden durch die dämonischen Mächte. Wir müssen erkennen, was da alles drin steckt. Und das ist, was in der Welt heute ist. Und wenn wir die Welt lieb haben, dann können wir die Vatersliebe nicht verstehen. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht. Und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Drei Dinge, mit denen der Teufel damals, Satan, im Garten Eden, die Eva, verführt hat. Und drei Dinge, die heute Satan versucht, die Welt zu erführen. Drei Dinge. Das erste, Fleischenlust. Oder anders übersetzt, die Begierde des Fleisches. Was das Fleisch will. Ich will es haben. Ich will es unbedingt haben. Ich will es. Das zweite, Augenlust. Alles, was wir sehen. Auch im Computer. Auch in deinem PC, was du siehst. Die Augenlust. Wie viele Menschen nochmal sind heute? Wie viele Christen sind die in Pornografie? Wirklich. Die sind gefangen. Die kommen nicht raus. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Ich habe die Seelsorge schon gehabt. Die Frauen, die weinen. Wir sind gefangen. Ich bin gefangen. Meine Lieben, das ist ein sehr wichtiger. Vor kurzem habe ich von einem Mann, einem Pastor gehört. Vor zehn Jahren haben wir Dämonen ausgetrieben. Da waren Süchte da. Da waren Drogen, Dämonen oder die Süchten verursachten Alkohol. Heute sind zehn Jahre vorbei. Heute ist das Internet. Die breite Palette ist noch breiter geworden. Und die Menschen sind so gefangen heute. So gefangen. Weil jeder, fast jeder sitzt am PC, an seinem Smartphone. Und da ist nur ein Klick. Nur ein Klick. Und da bin ich schon drin. Und da bin ich schon drin. Und wenn deine Augen etwas gesehen haben, dann pass auf, dass dein Herz es nicht wirklich, das Herz verschmutzt wird. Und das Dritte, der Hochmut des Lebens. Mit anderen Worten, der Stolz oder Stolz sich aufführen. Und das, was der Teufel damals im Himmel getan hat. Er wollte sich gegen Gott aufstellen und sagen, Mein Thron wird soll größer und höher und weiter sein als der Thron Gottes. Er wurde vom Himmel geschmissen. Aber die drei Dinge hatte er immer noch im Griff. Und er versucht, die Welt und die Christen mit diesen drei Dingen zu verführen. Fleischeslust, Begierde des Fleisches, Augenlust, Begierde der Augen und Hochmut des Herzens. Und ja, der darf sich prüfen. Wie kommt er in deinem Alltag zu dir? Mit welchen Gedanken kommt er zu mir? Wo bin ich schwach? Wo muss ich Gottes Gnade bitten, dass Gott mir hilft, da stark zu sein, da fest zu bleiben, nicht in seine Maschen reinzufallen? Diese drei Dinge hat Satan in die Herzen der Menschen eingestreut. Und mit diesen drei Dingen will er uns jeden Tag konfrontieren, meine Lieben. Aber er kann es nicht schaffen, wenn wir in Christus Jesus sind. Halleluja, meine Lieben. Gott ist stärker, Gott ist größer in dir. Wenn du mit Gott heute leben willst, wenn du Gott eingeladen hast in dein Leben, dann ist Gott wirklich auf deinem Thron, auf deinem Herzenstron. Erlaube Gott zu wirken. Gehe nie, nie gegen Satan alleine. Versuche nie, mit deinen Gedanken gegen ihn zu kämpfen. Verliere es. Aber lad Jesus in deinem Leben ein. Sag Jesus, ich bin zu schwach hier. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Salbung, damit ich der Sieger dort bin, wo du mich hingestellt hast. Wir brauchen nicht mehr Sklaven von diesen bösen Dingen sein, meine Lieben. Die Salbung Gottes ist ausgegossen auf uns. Die Salbung Gottes ist auf dir, wenn du Jesus aufgenommen hast. Lebe in dieser Salbung, lebe in dieser Kraft Gottes. Jesus sagte, oder Petrus sagt in Apostelgeschichte 10, Vers 38, wie Petrus da beim Karnelius was erzählt. Und dann sagte er diesen Satz, und dieser Satz ist einer von meinen Lieblingssätzen in der Bibel. Mein Lieben, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Halleluja. Gott war mit seinem Gesalten. Gott war mit Christus. Und er ging überall und machte Menschen frei. Er nahm das Joch auf Sicht am Kreuz von Golgatha. Aber da, bis zu diesem Kreuz, hat er überall, in jedem Dorf, in jeder Stadt Menschen die Freiheit gegeben. Und wir lesen so viel. Und genauso, das fasziniert mich immer wieder, wenn ich dieses Wort lese. Und genauso sind wir, meine Lieben, nicht weniger, nicht weniger mit dem gleichen Geist gesalbt. Es gibt keinen zwei heiligen Geist. Stimmt's? Kannst du Amen sagen? Es gibt keinen zwei heiligen Geist. Es gibt nur einen. Und mit diesem heiligen Geist sind die Menschen gesalbt, die Jesus eingeladen haben. Die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Und da kommt der heilige Geist. Er kommt nicht, wenn wir 20 Prozent. Er kommt nicht 49 Prozent. Er kommt sogar nicht mit 99 Prozent in unser Leben. Er kommt vollkommen mit seinen 100 Prozent. Er kommt als Person in unser Leben. Es ist kein Wind und keine Kraft. Es ist eine Person, mit der wir wirklich auch reden können heute. Der heilige Geist. Er ist gewusst, dass du mit dem heiligen Geist reden darfst und ihn bitten darfst und sagst, Heiliger Geist, ich brauche dich. Salbe mich, wie du damals Jesus gesalbt hast. Wie du damals mit Jesus umherzogst und überall Menschen wirklich geholfen hast. Gib mir diese Freiheit heute. Gib mir diese Kraft. Gib mir das, was ich heute brauche, damit Menschen durch mein Leben dir wirklich glauben können. Genauso hat Gott dich und mich zu einem heiligen Tempel gemacht, damit wir diese Salbung in uns tragen. Wie damals in der Stiftshütte alles gesalbt wurde, damit die Herrlichkeit Gottes präsent ist. Die Menschen, die nicht Priester waren, konnten nicht reingehen in die Stiftshütte. Nur die Priester. Nur die Priester. Und heute sind wir Priester Gottes. Petrus sagt, wir sind das königliche, königliche Priestertum. Wir sind die gesalbten Menschen, abgesondert für das Reich Gottes. Und der Geist Gottes ist auf dir und auf mir. Trage mit Würde das, was Gott dir gegeben hat. Trage mit Würde diese Salbung, die dir und mir zugesprochen wurde. In Johannes 14, Vers 23 sagt Johannes diese Worte. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung bei ihm machen. Gott wird kommen. Wenn wir ihn einladen, Gott kommt. Aber wenn du ihn nicht einlädst, kommt Gott nicht. Gott ist Gentleman. Er klopft. Er wird nicht sich aufzwängen. Er sagt, darf ich kommen zu dir? Darf ich mit meinem Papa zu dir kommen, bei dir sein, bei dir wohnen? Und wenn du sagst ja, dann kommt er. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern, so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt. Ist es wahr und keine Lüge und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Mein Lieben, Gott hat uns diese Salbung gegeben. Er hat uns abgesondert, er hat uns gefüllt, er erfüllt mit seiner Kraft. Und er sagt, die Salbung ist in euch. Ich bin mit euch verbunden. Und wie die Salbung dich lehren wird, so lebt auch. Wir brauchen keine neue Lehrer, wir brauchen keine große Lehrer, keine Theologen, die uns den Weg weisen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ihr braucht keinen Pastor, keine Lehrer. Jeder hat den Heiligen Geist, wenn wir in Gott leben. Und dieser Heilige Geist, er leitet uns. Mein Lieben, wir sind so recht beschenkt, wir Christen. Wir haben oft keine Ahnung, wer in uns wohnt, was Gott dir und mir anvertraut hat. Und er sagt, wie die Salbung dich lehrt, so lebe auch. Hörst du die Stimme Gottes? Hörst du, wie Gott zu dir spricht, wenn du alleine bist? Wenn du das Wort Gottes liest, wenn du betest, hörst du, wie Gott zu dir spricht und sagt, Mein Kind, ich habe immer wirklich die Freude, wenn du mit mir Gemeinschaft suchst. Ich habe immer die Freude, dass ich dir viele Dinge öffnen will, meine Geheimnisse in dein Herz hineinlegen will. Ich habe die Freude, mit dir jetzt eine Gemeinschaft zu haben. Hörst du die Worte, wenn Gott mit dir redet? Mein Lieben, wir brauchen die Gemeinschaft. Es ist nicht einfach so, dass Gott irgendwo an uns denkt und wir sind hier. Wir sind in den himmlischen Regionen, sagt uns die Bibel schon versetzt. Wir müssen lernen, hören, weil die Salbung, sie lehrt uns. Die Salbung, die führt uns in die Gegenwart Gottes immer tiefer. Und wenn die Salbung da ist, wie können wir heute Tag für Tag nochmals mit ihr unterwegs sein? Ich habe ein paar Punkte, ganz praktische heute. Wie können wir das erleben, was Menschen da draußen erleben? Wie können ich und du heute das erleben? Gott macht nochmal, er hat keine Lieblingskinder. Er will jeden beschenken, jeden. Aber wir brauchen irgendwie einen Weg zu seinem Herzen, um es zu verstehen, wie er und wie der Weg für uns da aussehen kann. Zuerst musst du es wissen, dass du ein Gerufener und von Gott berufen bist, von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Zuerst muss ich es wissen, dass ich berufen bin. Und wie kann ich es wissen? Wie kann ich es wissen? Der Heilige Geist spricht zu uns, zu mir, zu dir und sagt, komm. Komm, ich will mit dir Gemeinschaft. Komm. Der Heilige Geist spricht und sagt, komm. Also das Erste, ich muss wissen, dass wir die Berufen sind. Jesus Christus hat dir vergeben. Jesus Christus hat vergeben und ein neues Leben geschenkt. Wie wir gebetet haben, meine Lieben. Aber eins will ich dir noch mal sagen, wenn du eines Tages gebetet hast, ist nicht alles. Es ist erst der Anfang. Es ist der Anfang von dem Weg, auf dem wir gehen sollen. Viele bleiben hier stehen, aber geh den Weg, mach Schritte, geh weiter mit Jesus. Erlebe Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat. Erlebe mit ihm. Das, was uns zusteht, das Zweite, das Wort Gottes und seine Verheißung sind das Schwert, mit dem wir jeden Tag in dieser Salbung Gottes nicht nur verteidigen uns müssen, sondern besetzen sollen, sondern das bekommen haben können, was uns zusteht. Die Verheißung Gottes. Lehre auswendig ein paar Verheißungen für dich. Welche Verheißungen zum Beispiel? Lass uns mal zusammentragen. Was ist für dich aus dem Wort Gottes für eine Verheißung wichtig? Mit welcher Verheißung lebst du heute? Können wir mal lautes sagen? Ewiges Leben. Die Verheißung, dass Gott uns das ewige Leben geschenkt. Was ist dir wichtig, wenn du betest oder wenn du zu Gott kommst? Welche Verheißung trägt dich durch? Oder was trägt dich durch, wenn Probleme da sind? Wenn du nicht mehr weiter weißt? Was trägt dich durch? Welche Verheißung aus dem Wort Gottes? Beide. Okay, wunderbar. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Was trägt dich noch durch? Wenn wir bleiben, meine Worte in euch bleiben. Wow. Ich werde es tun. Was noch? Der Herr ist mein Herde. Wow. Egal was kommen mag. Der Herr ist mein Herde. Was ist noch für dich? Mein Lieben. Wir sind eine Familie. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir brauchen. Wir müssen wirklich verstehen, dass wir nicht einfach Gottesdienstbesucher nur sind. Wir sind Christen. Wir sind Menschen, die gesalbt sind. die eine Antwort für diese Welt haben. Wenn wir gleich rauskommen, was werden die Menschen sagen, die uns entgegenkommen? Werden wir ihnen sagen, Gott liebt dich? Oder haben wir alles vergessen, was wir gerade gehört haben? Es ist so schnell, wieder im Alltag zu landen. Ich wünsche dir und mir, dass diese Verheißungen Tag für Tag uns tragen. Egal was die Menschen da draußen machen und tun. Aber wir leben mit diesen Verheißungen. Und das ist wichtig zu wissen, dass du deine Bibel liest. Welche Verheißung? Jawohl. Wenn die Menschen zu Jesus kommen, es gibt nur einen Weg, zu Jesus zu kommen, und dann kommt auch die Salbung. Weil Christos oder Christen heisst Gesalbte in Griechisch. Und wenn wir Christen sind, sind wir Gesalbte. Wir sind abgesondert. Dankeschön. Okay? Sein Wille, in seinem Willen, in seinem Willen zu leben. Und das ist, was Jesus immer getan hat. Jesus hat immer gesagt, Vater, nicht mein Wille, sogar am Kreuze damals, wo er in Gethsemane war. Er wusste, es wird etwas kommen. Vater, dein Wille. Und das ist unser Weg. Leben und lernen wie Christus. Also das Wort Gottes und seine Verheißungen sind das Schwert, mit dem wir heute kämpfen. Das Wort Gottes konfrontiert uns immer mit der Wahrheit Gottes, übrigens, mein Lieben. Das Wort Gottes wird uns immer die Wahrheit sagen. Es tut manchmal weh. Es schmerzt manchmal, weil die Wahrheit, die ist nicht immer angenehm. Aber es macht uns frei. Die Wahrheit macht dich und mich frei. Die Wahrheit spricht zu uns ganz offen. Und wenn wir die Wahrheit hören wollen, sie macht uns frei. Jesus Christus mal gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Das Nächste, die versuchen, die kommen, versuche mit der Kraft Gottes zu bekämpfen. Nicht mit deiner Kraft. Mit der Kraft Gottes, mit der Salbung Gottes, die in dir ist. Und wenn es auch noch so klein und winzig die Salbung ist, aber geh und sag Jesus, ich schaffe es nicht. Ich brauche dich. Heiliger Geist, führe mich. Und das ist fast den Weg, den wir heute gehen sollen. Lebe in der Kraft des Wortes Gottes und lass die Salbung in dir wirken. Nicht deine, was wir abgehören. Nicht dein Wille. Nicht mein Wille. Herr, dein Wille. Was willst du aus meinem Leben machen? In der Salbung zu leben, komme ich ganz praktisch und ganz einfach. Also zu dem Punkt, wo Jakobus uns sagt, in Jakobus 4, Vers 7. Ganz einfach. Wenn du alles vergisst heute, nimm dieses Wort in dein Alter hinein. Es ist so einfach. Jakobus 4, Vers 7. Was sagt der Jakobus? Er sagt so, unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Er sagt, naht euch zuerst, unterwerft euch Gott. Ich habe im Griechischen nachgeschaut. Das ist ein schwieriges Wort. Unterwerfen. Das sind gleich die Gedanken als Sklaven. Irgendeine Unterwerfung. Im Griechischen heisst das Wort opotages. Und das Wort opotages heisst, gehorsam zu sein. Sich unterordnen. Oder bereit sein zu dienen. Ist das ein bisschen einfacher, oder? Ist ein bisschen nicht so schwer zu verstehen. Bereit sein zu dienen. Sei bereit, Gott zu dienen. Sei jederzeit bereit, deinem Gott zu dienen. Es ist nicht unterwerfen und denken, oh, du grosser, starker Gott, wird mich jetzt zermalmen, zerquetschen. Nee. Er will, dass wir seinem Wort, seinen Verheißungen glauben. Das Einzige, was er will. Und wir seinen Verheißungen glauben. In dem unterwerfen wir ihm uns. Und sagen, Jesus, dein Wille geschehe. Ich will gehorsam sein. Ich will das, was dein Wort mir sagt. Das ist die einfachste Strategie, mit der wir die Versuchungen oder den Versuchungen widerstehen können. Das ist so einfach. Widerstehe dem Teufel, aber unterwerfe dich oder zeig ja aus dem Gott. Das Zweite, widerstehen, das müssen wir tun. Widerstehen, er wird kommen. Er wird mit diesen drei Dingen in deinem Leben immer kommen wollen. Drei Dinge, bitte nicht vergessen. Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Herzens. Mit diesen drei Dingen kommt er. Mit diesen drei Dingen. Entlarf ihn, wenn Augenlust da ist. Entlarf ihn, wenn Fleischeslust da ist. Entlarf ihn, wenn der Hochmut in deinem Herzen aufsteigt. Dann weißt du sicher, er ist da. Er ist gekommen. Aber Gott hat uns diese Salbung gegeben, damit wir unter dem Gehorsam Gottes stellen. Vater, ich komme jetzt in deine Nähe. Ich will, dass du mich jetzt leidest. Auch da werde ich nicht dem Sein darunter liegen. Unterordne dich deinem Gott, der für dich gestorben und für dich zu deiner Gerechtigkeit auferstanden ist. Unterordne dich ihm. Widersteht im Sadden, er wird versuchen immer wieder zu kommen. Aber der, der in uns ist, ist stärker. Und das macht mich so glücklich. Ist stärker, als der, der in der Welt ist. Und Gott hat uns ausgerüstet mit dieser Kraft, mit seiner Salbung, damit wir jeder Versuchung wirklich widerstehen können. Und die Versuchungen werden kommen. Wenn sie zu Jesus gekommen sind, werden sie zu uns kommen. Aber widerstehe. Probiere es nicht aus. Wisst ihr, die Eva hat es einmal ausprobiert. Und bis heute, das Probierte ernten wir. Bis heute. Lasst uns widerstehen diesen Dingen, die in unserem Leben wirklich sich breit machen wollen. Lasst uns widerstehen, die versuchen, damit wir als Gesalte Gottes wirklich in dieser Welt uns behaupten können, als Menschen, die Gott lieben und die Gott gebrauchen will. Er sucht nach Menschen. Er sucht nach denen, die bereit sind, in seiner Salbung zu leben. Und dann wage das nächste Glaubensschritte. Bete im Vertrauen auf sein Wort. Wie oft beten wir und sagen, Herr, ja, ich bete jetzt. Aber dann, nach zwei Minuten, haben wir schon vergessen, was wir gebetet haben. Oder glauben nicht mehr dem, was wir gebetet haben. Wenn du gebetet hast, bleib hier fest. Und wenn es gleich nicht passiert ist, bleib weiter dran. Sagt Jesus, und ich stehe auf deinem Wort. Gott kann alles, er kann etwas nicht tun. Er kann nicht lügen, oder? Und wenn Gott gesagt hat, bleib auf dem, was du als Verheißung für dich genommen hast, und sag, so steht es geschrieben. Und ich stehe auf dem. Vater, ich kann nicht, ich verstehe manche Dinge nicht, aber ich stehe auf deinem Wort. Du hast das gesagt und ich bleibe da. Ich bleibe und, meine Lieben, Gott, er ehrt diesen Glauben. Er ehrt solchen Glauben. Wenn Menschen auf sein Wort wirklich stehen bleiben und sagen, dein Wort, du hast gesagt. Wenn wir es verstehen im Glauben werden, werden wir entspannt sein. Entspannt leben, weil es nicht mein Leben ist. Sein Leben in mir, seine Salbung wird durch mich. Weil ich es verstanden habe, dass nicht ich widerstehen muss, sondern Christus in mir, der die Salbung mir gegeben hat. Ich kann da fest bleiben. Weil ihm das so wichtig ist, die größte Garantie, gesund zu werden. Das ist ein Punkt für mich, was ich für mich aufgeschrieben habe. Es ist so wichtig, gesund zu werden oder gesund zu leben. Wisst ihr? Heißt, sich dem Plan Gottes zu stellen. Und sagen, Herr, wenn du mit mir einen Plan hast, dann will ich alles tun, damit mein Leben, alles, was ich tue, dir die Ehre bereitet. Wenn ich so leben werde, wirst ein normales Christen leben, gesalbtes Leben, wenn ich immer und immer wieder bereit bin, den Willen Gottes zu tun. So hat Jesus geliebt. So haben die Apostel geliebt. So haben die Männer, die gesalbt waren, die Frauen, die gesalbt waren, die haben so geliebt. Nicht immer und alles werden wir verstehen in dieser Welt. Aber eins ist sicher, wenn die Salbung auf uns ruht, dann hat Gott den vollen Plan, mit mir das zu tun, was er will. Wenn ich aber bereit bin, bist du heute bereit, Gottes Willen zu tun? Auch morgen, wenn es keiner sieht, wenn es schwer wird, sei ein Beter und Empfänger von dieser Salbung. Unser Herz soll wie ein gesalbter Briefkaster sein, wo Gott seine Briefe und seine Pläne für unser Leben reinwirft. Und wo er dann wirklich das tun kann, was er uns gesagt hat. Und wenn wir die Briefe Gottes rausnehmen, wenn wir sie lesen, damit wir genau wissen, das ist dein Plan, Vater. Ich will es gerne tun, weil die Salbung mich dahin führt. Weil die Salbung, die in mir ruht, die will durch mich wirken, heute und jetzt. Mein Lieben, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass die Salbung nicht einfach gegeben worden in uns ist, damit wir einfach dieses Leben leben, wie wir es wollen. Wenn die Salbung auf dir ist, dann vertraue Gott vollkommen dein Leben, damit er durch dein Leben, durch die Salbung, die in dir wohnt, wirken kann. Und es werden große Dinge passieren, dort, wo wir vertrauen, wenn wir ihm vertrauen. Bist du bereit? Amen. Willst du die Menschen reden, die vielleicht ein Joch auf deinem Leben spüren? Vielleicht eine Last da ist und die Menschen kommen nicht klar. Vielleicht hast du schon die ganze Woche oder schon zwei Wochen oder fünf Wochen, was auch immer, dein Leben kämpfst. Du kommst nicht weiter, weil ein Joch jemand dir aufgelegt hat. Du bist gefangen. Du weißt ganz genau, du bist gefangen. Und ich will die gute Botschaft dir heute weitergeben. Dass einer ist gekommen und er hat jede Gefangenschaft gefangen genommen. Er hat jedes Joch zerbrochen. Er hat jede Last, die wir Menschen oft tragen, jahrelang, auf sich genommen. Der will uns freimachen. Das ist die Botschaft des Tages. Jesus will jeden freimachen, damit die Salbung durch uns fließen kann. Damit die Menschen erleben können, wie groß und stark unser Gott ist. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du weißt genau, ich brauche Hilfe. Ich trage eine Last in meinem Herzen und ich will frei werden. Dann will ich dich bitten, steh einfach auf. Du musst nicht laut sagen, was die Last in deinem Herzen ist. Oder wie du zerdrückt vielleicht manchmal in deinem Alltag bist. Aber bring dein Herz jetzt zu Jesus. Steh einfach auf und sag, ich, Herr, ist ein Zeichen für die geistliche Welt. Herr, ich brauche Hilfe. Und hier ist der Ort, wo Gott wohnt, wo Gott wirkt. Steh einfach auf und sag, Herr, ich will frei werden. Herr, ich brauche dich jetzt, gerade jetzt. Wo alle Augen geschlossen sind und keiner umher schaut. Steh einfach auf und sag, Herr, ich will mit dir gerne beten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Mit dem Ehrlichen ist Gott ehrlich. Mit dem Ehrlichen ist Gott ehrlich. Dankeschön. Keiner umher schaut. Keiner umher schaut. Nicht, weil alle aufstehen, musst du aufstehen. Aber weil du, ganz genau. Du brauchst Jesus. Du brauchst Freiheit. Du brauchst Erlösung. Egal, wie die Last heute in deinem Leben heißt. Jesus hat jede Last besiegt. Jesus hat jede Last durchbrochen. Jedes Joch ist gebrochen. Öffne dein Herz. Sag, Jesus, ich brauche dich. Und wenn ich jetzt beten werde, empfange es für dich ganz persönlich. Empfange es für dich ganz persönlich. Die Freiheit, die dir Christus am Kreuz von Golgatha geschenkt hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Sohn Jesus Christus auf diese Erde kam vor vielen Jahren. Dass er die Schuld aller Menschen auf sich genommen hat. Er hat die Macht Satans zerbrochen. Gebrochen, alles, was da er aufgebaut hat. Du bist Christus. Du bist der Gesalbte. Du in dir und nur in dir haben wir das Heil. Und ich bete jetzt in diesem Raum, Vater, für jeden, der jetzt aufgestanden ist. Der hat eine Hilfe gebraucht. Ich zerstöre jede Macht Satans im mächtigen Namen von Jesu. Ich zerstöre jeden Generationsfluch, der gekommen ist auf diese meine lieben Menschen. Ich zerstöre jede Macht Satans. Und sage, Jesus, du hast uns diese Vollmacht und diese Salbung gegeben. Gegen jede Macht Satans aufzustehen. Ich danke dir, Vater. Und ich setze frei jeden, der zu dir wirklich mit Herzen aufschaut. Ich setze jeden frei, weil du es uns gesagt hast. Vater, lass dein Geist jetzt wirken. Und jede Macht Satans, die hat keine Chance an meinen lieben Menschen, meinen Geschwister hier. Jede Macht Satans ist gebrochen. Vater, lass die Kraft des Geistes auf ihnen jetzt, auf sie kommen. Lass die Kraft des Geistes auf sie kommen. Und lass sie spüren, wie walsam deine Liebe in ihre Herzen hineinfließt. Und ich sage dir, dass jeder Satan, jeder Dämon, der meinen Menschen, meinen lieben Menschen da, meinen Geschwistern sich dran machte, er hat verloren. Er hat verloren. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Nimm das jetzt im Glauben an. Jesus ist dein Sieger. Jesus hat für dich bezahlt. Jesus ist dein Gott. Er will dich über allermassen segnen. Empfange das jetzt. Empfange das jetzt. Empfange das jetzt. Dass dein Gott für dich ist. Dein Gott ist für dich. Er hat dich jetzt freigemacht. Er hat dich jetzt freigemacht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für die Salbung, die jetzt auf jeden Einzelnen, auf jeden Einzelnen kommt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Freiheit für jeden. Freiheit für jeden. Freiheit für jeden. Im Namen von Jesus. Und das ganze Volk Gottes sagt Amen. 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 Vielen Dank.